Ja, als ich zum Beispiel mit Dings zocken wollte, mit Lennart, da kam dann immer, also da war, Lennart hatte so einen anderen NAT-Typ irgendwas, dann mussten wir da stundenlang irgendwelche Router-Ports ändern und so ein Mist. Oh, ups, was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade sagen, wir verlieren dabei. Nein, das sah gerade echt so aus. Ja, ne, weil der runtergegangen ist, der Balken. Dabei ist der gegnerische nur weggegangen. Ach, den habe ich noch gekriegt, aber dann bin ich sofort gestorben. Immer stöhnt. Oh, ich habe eine Drohne. Nein! In dem Moment klicke ich die Drohne an. Ah, der ist da bestimmt noch. Jo, die gibt es von hinten gekriegt. Von hinten? Ja. Was ist denn das Arschlo? Ich habe ihn in die Fresse geschossen. Und er ist nicht gestorben, ne? Ach, das ist ja nicht normal. Mal, ey, das ist doch nicht. Hä? Als ob von hinten direkt... Hey, was benutzt du denn für Waffen? Ach, warum klettert der nicht? C gehört jetzt uns. Als ob wir die Gegner alle eingenommen haben. Ja, klar. Ja, ja. Ist das wirklich klingt gerade? Ja, ich bin auch gerade gestorben daran. Ja. Ach, na alleine kriege ich das nicht hin. Haben wir irgendeinen Punkt? Immer noch nicht Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt verlieren Ey, warum macht... Manchmal ist das voll komisch Naja, naja Wir sind bei Alpha Gebt Unterstützung Erstmal Alpha Entpimmeln Gegner kommt hier rein Gegner ist hoch Das ist hier gar nichts Alpha Als ob die jetzt einfach... Achso, hier ist ja A Ich wollte gerade sagen, die kommen alle in unseren Spawn dabei Ups, hä? Da hinten hängt einer Feindlicher Marschflugkörper im Anflug In Deckung Äh, Mann, Alter Du hast wohl gemeint, du bist Rambo, ey Er kam ins Fenster gekommen Und ich hab ihn in die Fresse geschossen Und er ist gestorben Oh, dieser Ragnar, Alter Das war gut, ey Ich guck gar nicht nach der Kegliste Wer mich jetzt... Ich auch nicht, aber... Oh, da ist er gestorben Warum stirbt denn diese Fotze nicht? Ohne Witz, Alter Ha, das hast du jetzt davon Ha Als ob... Guck, wenn du schwarz-weiß bist, ne So vom Damage her Dann sieht man einfach die Gegner nicht Ich... Ich hab den gerade eben... Ich hab... Upsi, schwuppsi Munition, der Ja, ey, Mann Der tötet mich die ganze Zeit Ne, Digga Fotzen, Junge, Fotzen, Junge Jo Fotzen, Junge Fotzen, Junge Hat mir meine... Kill-Dingsbums versaut Wie hat er... Ja, er hat mir halt, ähm, ne Meine Zweier-Dings Zerstört Ach ja, fick dich doch Vor allem, wenn die in den Räumen stehen Dann siehst du dich sowieso nicht Weil die dann dunkel sind Brauche Verstärkung bei Bravo Wir haben C verloren Wir halten Bravo Voll im Rückstand, ey Ja Ja, das Dumme ist auch Ich hab überhaupt keine Chance Ich werde angeschossen Und sterbe Einfach nur Brauche Verstärkung bei Bravo Wir halten alle Cäle Wo wurde der jetzt... Wo war der jetzt? Der Schwachsinn, ey Der ist grad gestorben Let's up Also die Ich kann die ja ans Herz legen Was ist das für ne Waffe, die ich hab? Die SMG, die ich hab Die musst du unbedingt dir geben Die ist richtig geil Die MP5 ist auch gut Ah, ich denk mir so Ja, da ist keiner auf einmal Bin ich tot Wenn wir zwei erobern die ganze Zeit Dann haben wir vielleicht ne Chance Hä? Ähm Die schaltest du irgendwann frei Also ich hatte die relativ früh Ich glaube, du musst MP5 spielen Ne, AUG Wenn du AUG spielst, dann schaltest du die frei Beziehungsweise irgendeine MP Bravo wird gesichert Voll viele laufen auch einfach nur dran vorbei Wohl, ne, die passen auch Jetzt wollen die nachts C Die wollen C einen Einen auf den, ja, alles klar Wir verlieren Charlie Wir sind bei Alpha Ach, als ob man da jetzt nicht rein kann Wir haben C verloren Wir haben Alpha eingenommen Wir haben noch ne Chance Hä, irgendwo explodiert da einfach was? Als ob Kacke C Ist hier ein Feind? Hoffentlich nicht Feindliche Drohne über uns Sichert diese Position Wir werden beherrscht Charlie gesichert Von wegen beherrscht Ja, fuck, das machen das Krieger Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, ey Ups Wo, 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 wo Gegner Habe ich gekillt? Die hat mir gerade gedacht so Wir sind bei Alpha Da oben ist einer Lebt er denn noch? Ja, Mann, wir halten alle Punkte Was willst du tun? Ups, ich wups, ich stopp sie Don't fuck me Ach, was ist denn hier los? Der C wird gesichert Wir verlieren Alpha Ey, ist das ein Schwachsinn, ist das, ey Wichtig, Müll Wir halten alle Ziele Wir haben Alpha verloren Wir haben B verloren Ja, als ob wir jetzt Feindlich ist ein persönliches Radar in der Luft Es verfolgt jemanden Äh Mann Man sieht, da kommt einer Man will den töten Und auf einmal von allen Seiten Blblblblblblblblblblbl Wir liegen am Boden Aber wir sind nicht raus Na los Ach, ja, ich krieg's von meiner eigenen Granate wieder Ist da ein Gegner? Ich hab gerade zwei getötet Keine Ahnung Ja, was ich hab, ist eigentlich auch ganz gut Welches hast du? Was ist denn da einer? Wollen wir mich verarschen? Ich werd ihn Oh, Mann Knappi, knappi Zurückfallen, Soldat Wir kämpfen an einem anderen Stand wieder Naja Das wird das hier jetzt ein Killcam sein Nö, auch nicht Herrschaft Erobert und verteidigt die Ziele Werft eine Granate Arme gesichert Lass mein Arme Los, nachladen Was ich hier mache, ist total dumm Gleiches Team, verdammt Alpha gehört uns B wird gesichert Verbündete Drohne ist in der Luft Bärmung gesichert Lade nach Wir haben die Kontrolle Bei C wird bestimmt wieder keiner sein Wir nehmen Charly ein Das sag ich doch Wir werden beschossen Wir halten alle Punkte Verteidigen Das Team bei Alpha unterstützt Wir werden hier rumpümmeln Ich will dich hier rumpümmeln, ey Das ist nicht nur nochmal B zum Beispiel Mann, du Hurensohn, ey Ich könnte ihn dann in der Fresse hauen Weißt du Du schießt Er kommt rein Du schießt Du schießt fünf Schüsse auf ihn Duty nicht, COD Ah, wir haben ihm seine Beine zerschossen Wir verlieren Charly Wir halten Alpha Feinde übernehmen Alpha Ja, schön Ich finde diese Killcam eigentlich nicht mehr als die Ich würde das sparen können Verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Keine Arme mehr Fuck Die meisten haben immer so'n Ruppen Hier mit so'ner ganz komischen Waffe Ja, ich hab auch Ruppen Das ist mega Kennst du das, wenn das Spiel so frustet, dass es keinen Bock mehr macht? Hm Ja, das hatte ich nicht so Ja, aber das, äh Das frustet doch so sehr, dass man auch keinen Bock mehr drauf hat Wir haben C verloren Wir haben die Führung verloren Wir haben Bravo eingestellt Gleiches Teamladen Wir nehmen Charly ein Alpha gesichert Alles klar, Drohnenflug beginnt Marschflugkörper anstatt rückter Basis Machen Hn Bitar Vitor auf Station und Einsatz C verloren Vitor auf Station und Einsatz Vitor auf Station und Einsatz C verloren Viter auf Befehl Verbündete Drohne ist in der Luft Die Träger 3.0 Was ist die Drohne überholt? Schöner Treffer, Abschuss äh wo geht's denn hier hochpackt zee alter das ist mein spot alter hier was anderes eingenommen gegner bei c hier gar kein gegner am ersten das manchmal spielen die verstecken alter wie dumm dass man da auch nicht rankommt ups als ob man ja klar das ist jetzt der beste spieler das ist teilweise so un ausgeglichen das 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 Team bei C unterstützen. Feindliche Drohne über uns. Feinde haben Charlie übernommen. Bravo wird gesichert. Wir haben Bravo eingenommen. Oh mein Gott. Gleiches Schluss. Ja, toll ey. Nein, Schwachsinn. Ich glaube, ich wurde als letztes gekillt. Ne, wir sind ja die Sieger. Das heißt... Der Feind! Fünf Tote... Fünf... Acht Tote und fünf Abschüsse, ey. So schlecht, ey. Naja... Könnte schlimmer sein. Hä, als ob wir zu zweit? Ne, dort bist du nicht. Ja. Ich bin hier voll... allein mit dir. Aber in dem Team sind mehr. Wir haben die Kontrolle. Macht sie fertig. Ah, das wird jetzt schon wieder so ein Face-Fuck hier. Ne, wir sind bei Bravo. Gebt Unterstützung. Warum hat mich... Ja, das ist so dumm. Ja, man muss... Weißt du was? Man muss auf diese Maps auch zwölf Milliarden Mal spielen, um äh... ...die Gegebenheiten auch zu nutzen. Ja, ich hab einfach nicht einmal getroffen. Ach, das ist genau das Team gewesen. Ich treffe ihn, er schießt drei Schuss und die Sterben sind fort. Oh, drei. Ups. Oh, bis jetzt läuft's ganz gut. Was ist das für'n Scheiß, ey? Ich hab gleich keinen Bock mehr drauf. Da pümmelt einer rum, der mich die ganze Zeit tötet, älter. Wo? Ich komme nicht. Bei Bravo. Wir sind bei Charlie. Gebt Unterstützung. Hä? Entdeckt? Was ist das denn für'n Scheiße? Oh, dieses Nachladen. Man kann zielen, wenn man nachlädt. Aber... Deswegen sterbe ich immer. Irgendwie. Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Wir verlieren Alpha. Waaah. Ist das behindert. Ist das einer, oder was? Nö, ich verreck jetzt die ganze Zeit. Aber irgendwie... Nö. War kein Z1 mäßig, weißt du? Werfen Granate! Der Feind liegt in Führung. Wir haben Charlie eingenommen. Aber es wird genauso. Macht sie fertig. Das Team bei Bravo unterstützen. Aber ich glaube, wenn es skillbasiertes Matchmaking ist, dann ist es gar nicht so schlecht, dass wir sterben, weil... ...dann werden wir in der Runde danach mit schlechteren Leuten gematcht. Gematcht. Ah. Er hockt da und ich sehe ihn nicht. Oh, ich hab ihn noch. Gerade ein Camper getötet. Wir sind bei Charlie. Gebt Unterstützung. Wir sind bei Charlie. Wir können euch immer mit da. Weitliche Drohne über uns. Alpha wird gesichert. Alpha gehört uns. Weitliche Drohne hinterlust. Starte Überflug. Ha! Er dachte, er macht einen Move. ja ja alles klar also manche die fressen auch echt so viel ja die saugen mehr kugeln als keine ahnung alter die teilen auch manchmal unmenschlichen schaden aus und ist voll alle punkte gehören uns alles ist schwarz weiß ich habe gerade vier oder fünfer abschuss drei gab es ja gar nicht klar gekommen das team bei alfa unterstützen der feind hat alfa sie gehört mir niemand kommt hier vorbei bei a ist action oder ich bin gestorben hattest du auch ein ja ja ich auch alle punkte gehören uns schenk ihnen nichts ich brauche verstärkung bei alfa ha wixer wieder einen doppelten ich stehe direkt neben ihnen und der feind hat charlie der feind hat charlie laufe verstärkung verhörungen ja die nacht ups ach man ey ich bin sorry ich bin sicher ich bin sicher ich bin sicher nein alter nein feindliche drohne über uns alpha wird gesichert feindliche drohne ich bin gleich ich bin gleich du oh ja das ist ein schwachsinn richtiger blödsinn was ich töte ihn und in dem moment wie er stirbt explodiert vor mir was das ist richtig mongomäßig ach immer dieses nachladen alter schon wieder deswegen gestorben feindliche drohne über uns der feind hat charlie naja feindlicher marschflugkörper in deckung der hat den kämpfer getötet auch lustig bravo wird gesichert immer der oder ne das ist ein anderer glaube ich bravo wird gesichert verbündete drohne über uns wieder jetzt sterbe ich nur noch wie immer einmal einen lauf gehabt und wo schießt denn der Hurensohn da an der Ecke ey was für ein unfairer wichser der eine alter was ist mit dem los auf einmal ist er gut wir haben zwei ziele nehmt das dritte ein man wie ich auch immerhin in einer offenen arme laufe ey das ist so richtig beschissen feindliche drohne über uns ihr werdet bei b gebraucht charlie wird gesichert wir haben bravo verloren ja klar alter bullshit man guck mal guck mal c ist komplett leer in der sekunde wo es leer gegangen ist ja bin ich gestorben ich hab den Hurensohn gesehen er liegt unter dem scheiß ding ich hab vor allem dahinter und das ist ungetrippet das c da zwei ziele verloren macht was guck mal guck mal ich hatte 20,8 jetzt hab ich 24 16 ey wollen die mich verarschen oder was warum sterbe ich denn immer in dieser verschissenen Hurensohn wenn ich ihn getötet habe kann doch gar nicht sein ey Schwachsinn ist das aber mega mäßig das war ein einige Male war das total schwachsinnig ja dann würde ich sagen machen wir das bei einer Pause und dann bis zum nächsten Mal